Hallo liebe Schachfreunde, der Webmaster hat sich hier was Tolles ausgedacht. Es gibt hier ein Quiz kurz vor Weihnachten. In mehreren Stufen kriegt ihr da die entsprechenden Hinweise. Ihr könnt zum Beispiel hier unter dem Video gucken, da gibt es einen Link, wo ihr eure Lösung eingeben könnt. Die genauen Spielregeln sind da auch zu sehen. Es gibt auch ein paar Preise. Ich hoffe, dass ihr alle reichlich dabei seid und dabei viel Spaß haben werdet. Heute startet also das erste Quiz zur Adventszeit mit Aufgabe Nummer 1 und der erste Hinweis lautet wie folgt. Der Schachspieler war ein erfolgloser Taubenzüchter. Hinweis Nummer 2 ist folgender. Bobby Fischer nannte ihn einen Kaffeehausspieler. Als dritten Hinweis gebe ich euch, seine höchste historische Elozahl betrug fast 2900. Der vierte Hinweis zu der gesuchten Persönlichkeit ist, er sprach mit Albert Einstein über physikalische Probleme. Der fünfte Hinweis, er promovierte über unendliche Reihen. Schließlich der sechste Hinweis, er wo sein Grab befindet sich in den USA. Es grüßt euch, ab Quack.